Ich bin verwirrt und traurig und wütend. Eigentlich alles zusammen. Der Krieg in der Ukraine dauert jetzt schon lange genug an. Dass so etwas grauenhaft ist, ist absolut klar. Doch eine Sache wird in den Mainstream-Medien kaum angesprochen. Und zwar, wie die Kirche in beiden Ländern auf diesen politischen Konflikt reagiert. Dieses Video soll ein paar Denkantreize aus der Bibel schaffen, aber ich will andere nicht für ihre Taten verurteilen. Bildet euch einfach selbst mal ein Bild zum Thema. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Interessenten, wenn man sich den Krieg in der Ukraine ansieht, fragen sich viele, wieso Gott so etwas zulässt. Diese Frage habe ich bereits in einem anderen Video beantwortet, Link in der Beschreibung. Es soll heute nicht um Gottes Rolle im Krieg gehen, sondern um all jene Menschen, die religiös sind und sich als Gottes Kinder ansehen. Sowohl in der Ukraine als auch in Russland ist besonders die orthodoxe Kirche sehr stark vertreten. Da könnte man ja meinen, dass sich gerade diese beiden Konfessionen noch am ehesten unterstützen und Gewalt gegen Glaubensbrüder auf der Gegenseite ablehnen. Ja, nein, leider nicht. Denn tatsächlich hat sich weder die russisch-orthodoxe noch die ukrainisch-orthodoxe Kirche vom Krieg selbst distanziert. Der russische Patriarch Kyrill hat den Einfall in der Ukraine als Kampf gegen die Sünde bezeichnet. Er steht Putin sehr nahe und würde deshalb nie das Vorhaben seines Vaterlandes in Frage stellen. Kaum anders ist es beim ukrainischen Oberhaupt, dem Metropoliten Epiphanius I. von Kiew. Das Töten russischer Soldaten ist keine Sünde. Der ukrainische Kirchenrat meinte des Weiteren, Wir, der allukrainische Rat der Kirchen- und Religionsgemeinschaften, unterstützen die Streitkräfte der Ukraine und alle unsere Verteidiger. Wir segnen sie bei ihrer Verteidigung der Ukraine gegen den Aggressor. Und wir beten für sie. Am 24. Februar 2022. Es dreht sich im Kreis. Die Ukrainer sagen, hey, wir sind ein eigenständiges Land und wir dürfen Politik betreiben, wie wir sie wollen. Russland hingegen argumentiert, dass es seine russischen Muttersprachler doch nicht im Stich lassen darf. Immerhin hat die Ukraine 2019 russisch als Amtssprache entfernt. Und die Anzahl der russischen Muttersprachler ist beachtlich. Was sagen eigentlich andere Christen dazu? Ich zitiere mal aus einem Video von Jesus ist der Weg. Link in der Beschreibung. Dieser Mann hat vor einiger Zeit mal seinen Senf dazu abgegeben. Was steht in 2. Mose 15, Vers 3? Da steht, der Herr ist ein Kriegsmann. Gott selbst hat Kriege geführt und Gott wird auch kommen über die Wolken und gegen diese Welt, dieses gottlose Geschlecht, Krieg führen und jeden erschlagen, steht das Wort. Wörtlich sagte Jesus selbst, er schlagt sie vor meinen Füßen. Jeder, der nicht bei Christus ist, der wird büßen. Es ist nun mal die bittere, knallharte Wahrheit. Und Seiten beziehen, denke ich, ist auch falsch. Also sowohl Russen als auch NATO haben beide sehr viel Dreck am Stecken, wenn man das so sagen kann. Denn als Christen sollten wir beten für all die Zivilisten, für alle Beteiligten einfach, aber vor allem eben für die unschuldigen Familien, die betroffen sind, die einfach wo Kinder sterben und Menschen, die damit eigentlich nichts zu tun haben sollten. Und auch auf beiden Seiten einfach. Wir sollten für die Menschen beten, die Frieden wollen, die eigentlich ihren Nächsten lieben wollen und die eben nicht in diesen Krieg wollen. Dafür sollten wir beten und dass Menschen zum Glauben kommen, auch durch diesen Krieg, dass sie erkennen, in welcher Zeit wir leben. Auch hier eben in Deutschland, Österreich, Schweiz, dass sie erkennen, dass diese Welt, dass diese Zeit von Party, Happy Deppi und alles gut, dass die vorbei ist jetzt. Ich finde deine Argumentation schlüssig, aber ich hätte noch einen wichtigen Punkt hinzugefügt. Denn manche deiner Zuschauer könnten denken, dass es so etwas wie eine militärische Aktion von Christen bräuchte, die für Gott kämpft. Verstehe mich nicht falsch, die meisten werden das eh nicht denken, aber ich will die Gelegenheit ergreifen, noch etwas hinzuzufügen. Jesus hat ganz klar gesagt, dass er kein Militär für sich braucht und keinen Gottesstaat, wie es beim IS oder bei der Lords Rebellion Army von Joseph Coney der Fall ist. Er meinte, dass man sich generell von politischem fernhalten soll und auch nicht zu wahr vergreifen soll, wie in Matthäus 26 oder in Johannes 18. Also, zusammenfassend finde ich es gut, dass du, Jesus ist der Weg, dich nicht von einer der beiden Seiten hast beeinflussen lassen. Krieg ist immer schlecht. Dem füge ich nur hinzu, dass auch eine Kriegsführung für Gott nicht in seinem Sinne ist. Das wäre alles, zu meiner Kritik, falls man das überhaupt so nennen kann. Ich hoffe, ich konnte das Wort des Herrn zu diesem Thema gut beleuchten. Diskutieren wir auch gerne mal in den Kommentaren darüber. Würde mich echt freuen. Bis dann, euer Kali. Ciao. 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 Ciao.